Aufgrund der guten Arbeit in Schweden gab es einen Anruf aus Finnland, aus Pori, um genau zu sein, dass wir doch unsere Arbeit auch dort mal vollrichten können. Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Euro Truck Simulator 2 Video und zum nächsten Video hier in der ersten Euro Truck Simulator 2 Event Woche, die komplett unter dem Wappen der Spezialaufträge liegt. Und wir gucken uns mal an, was für feine Aufträge wir dann jetzt hier gerade in Pori Finnland haben. Sobald ich mich erinnere, geht es da eher nur Richtung Helsinki, genau wie wir es gerade sehen. Aber das ist ja auch gar nicht mal so wild. Wir haben einmal Pori nach Helsinki und einmal das Ganze mit... Linke Ping. Und ich würde sagen, dieser Auftrag auch noch ein bisschen ist nicht ganz so lange mit dem Lotsenboot. Ich würde sagen, das schwere technische Teil fahren wir dann höchstwahrscheinlich im morgigen Video. Deswegen würde ich sagen, liefern wir heute mal ein Lotsenboot. Auch mal wieder zur Abwechslung was anderes. Das schwere technische Teil hatten wir zwar auch noch nicht bisher gehabt, aber das werden wir bestimmt noch fahren. Aber wir fahren jetzt einfach erstmal ein Lotsenboot von Pori nach Helsinki in Finnland. Immerhin die Schrecke ist auch deutlich länger jetzt als... Ähm... Was heißt deutlich länger? Oh, doch, doch, ja gut, ist noch 100 Kilometer länger. Das ist ein 33% mehr Schrecke als... Boah, 33%? Gar nicht wahr. Ähm... Boah, doch. Doch, ich glaube schon, doch. Wobei... Ne, gar nicht wahr. Das ist doppelt so... Doppelt... Ne, nicht doppelt. Ja, ihr wisst, was ich meine. 55% länger ist diese Schrecke. In der Zeit um 100 Kilometer ist die Schrecke länger. Von Pori Finnland nach Helsinki. Ähm... Ja, genug gequatsch. Wir fahren dann jetzt erstmal mit unserem Volvo hin. Vorsichtig. Ähm, sogar noch technisches Lotsenboot. Ach, technisches Lotsenboot. Ja, beides vermischt. Lotsenboot mit 16,1 x 5,0 x 5,3 m und 25 t schwer. Für 15.136 Euro. Auf geht's. Tanks gefüllt. Und jetzt wird wieder eine nächtliche Fahrt. Ich habe wieder vergessen, die Leuchten anzumachen. Und dass ich die Leuchten auch jetzt hier sehen kann. Damit das jetzt auch schon blinkt und blitzt und was nicht alles tut. Weil in der Perspektive kann man uns ja nicht aktivieren. Ah, sieht aber schon nice aus. Auch, äh, Achtung. Du beabsichtigst, einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Anweisungen, äh, ihren Hinweisen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporter wie diese halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufiger Wegpunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Richte besondere Aufmerksamkeit auf folgendes. Vermeide jeglich denkbaren Kontakt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fracht zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Rastplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr. Spurwechselmanöver sehen wie folgt aus. Ich wollte gleich was zu trinken einchecken. Erst das hintere Begleitfahrzeug und das vordere Begleitfahrzeug und dann ich. Das gilt aber auch eher hauptsächlich, wenn man jetzt, glaube ich, irgendwie einen Spurwechsel vollzieht. Genau, Spurwechselmanöver halt jetzt nicht, weil man jetzt irgendwie bei einer Auffahrt ist. Dann fährt man einfach hinter dem vordere Begleitfahrzeug hinterher, auch wenn das hintere eigentlich noch braucht. Befolgst du diesen Regeln nicht, könnte dein spezieller Auftrag scheitern. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal. Jetzt ist mir schon der Motor ausgeschaltet. Ich merke schon, wir sind doch schon relativ powerfull. Okay, ich sehe jetzt nichts. Bin schon weiter gefahren? Ja, aber es geht nicht, ich hätte hier links, äh, rechts gemusst. Egal, dann fahre ich jetzt hier vorne rechts. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Mal haben wir uns die Fracht nochmal so ein bisschen an. Das Pilotcar. Ah, es hat schon was, finde ich. Finde ich, finde ich nice. Passt auch, dass wir das nach Helsinki fahren. Ist ja dann Hafen und so. Das ist ein Hafen von Helsinki. Schön mit dem ganzen Bling-Bling. Wollen wir mal links abbiegen. Richtung Helsinki. Wir gehen ja wieder schon mit den Lenkachsen. Wieder schön mit Überbreite hier. So. Dann noch wieder den Bomat ein bisschen höher stellen. Und dann geht es hier schön weiter. Ah, sieht schon nice aus. Finde ich. Fällt mir gut. Das ist doch jedes Mal, ich daran denke, ich mir vorher was einstecken und es währenddessen machen muss, ey. Wenn man habe, muss ich nicht nach unten gehen und mir noch was zu drücken hochzuholen. Also von daher passt das noch. Ja, 311 Kilometer Helsinki. Strecken so ein bisschen zur Abwechslung ein bisschen auch mal sein. Okay, schön mittig gehalten. Schön mittig in der Spur bleiben. Möglichst finde ich, ups, schneiden. Ich muss einfach nochmal sagen. Ich finde, ich finde der Volvo da sieht einfach nice aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Volvo findet. Von dem, was ich bisher machen konnte. Ich bin ja gerade mal Level, äh, mittlerweile Level 15, glaube ich schon, ne? Ich glaube, ich bin mittlerweile Level 15, aber noch nicht Level 25, heißt alles, das kann ich noch gar nicht haben. Ja, ich bleibe einfach auf der Spur. Das passt schon. Er taut schon hin. Weiter auf der A2. Mbis mal A2. Äh, nach Helsinki. Meine Güte, Helsinki ist in Schweden. Fängt zwar auch mit Hels an, aber das war nicht so mit Helsing, aber mit Helsin, aber es sind trotzdem andere Städte und andere Länder. Wer hätte das gedacht? Ops. Ich weiß nicht, dass ich eingegangen bin. Ich finde die Spitzaufräge sind eigentlich echt sehr, sehr geil gemacht. Schön, dass wir damit auf Früh beginnen. Habe ich mir schon fast gedacht, dass die Spitzaufräge zumindest weit oben sind in der Abstimmung. Natürlich! Safe Call. Es hat sich doch bestimmt ein Fahrzeug zwischengemogelt, oder? Das ist das Einzige, was mich halt so ein bisschen daran nervt, so, dass die KI dann quasi auch noch sich erzwischendrängelt. und das wir dann, oder das in dem Fall ich dann halt der gelackmeierte bin, weil die KI halt einfach sich erzwischengeworfen hat. Das hatte ich ja bereits schon mal gehabt in American Truck Simulator, da war es ja auch mal so gewesen, als es in den Bergpass hinunterging. in Colorado müsste das glaube ich gewesen sein. Im letzten Bundesstaat auf alle Fälle, also Colorado. da hat sich dann auch ein Fahrzeug bei der Abfahrt halt zwischen mir und das hintere Begleitfahrzeug gedrängelt und dadurch hatte ich dann halt quasi dasselbe Problem wie jetzt halt in diesem Fall. Das ist dann hieß ja hier Du hast verkackt, du musst nochmal vom letzten Weg nicht planen. Das war allerdings auf einer zweispurigen auf einem zweispurigen Abschnitt. So, ich hoffe, jetzt fahr doch. Aber weil die KI da hinten so dämlich ist, weil ich zu schnell bin, weil die KI nicht einsortieren kann, einsortieren, sich nicht einordnen kann, weil die KI sich nicht einordnen kann, passiert das. Ich verstehe. Das heißt, ich muss ab dort immer abbremsen. Wenn es eine Fahrbahnverengung gibt, abbremsen, ganz langsam weiterfahren, gut zu wissen. Mittlerweile regnet es. Es ist ja alles ja grandios. Es fängt jetzt auch noch an zu regnen, so ganz urplötzlich. Neuer Checkpoint geladen und plötzlich regnet es. auch nicht schlecht. Ich fahre einfach mal mit 45 hinterher und wahrscheinlich auch 50. Okay, dann gleich da hinten runter auf 30 oder so. sicherheitshalber. Einfach nur, um sicher zu gehen. Das ist diesmal funktioniert. Das vordere Baleihfahrzeug, das passt ja auch die Geschwindigkeit glaube ich uns auch ein bisschen an. da, also. So, ich halte an. Perfekt. Anders geht es ja hier nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Ist es schließlich nur ein Game? In der Realität wäre es natürlich komplett anders, aber es kann halt nur so gut simuliert werden, wie es halt simuliert werden kann, ne? Solange man, solange man weiß, wie es ist, wie das abläuft, wie das funktioniert, kann man sich ja drauf einstellen. Von daher. Alles easy. Damit dann wir das los im Boot nochmal weiß, wo es gleich hingeht, dann ist es schon mal vor, vorgenässt für gleich. Aber interessant, dass die KI auch von den Begleitfahrzeugen so programmiert ist, dass sie halt trotzdem dieses Einfehlungsprinzip halt priorisieren vom hinteren Begleitfahrzeug. Das vordere Begleitfahrzeug ist ja einfach schnurrschrackes gefahren. Gut, es kam halt auch nichts von links. Vermutlich ist halt einfach bei der KI, auch bei der Begleitfahrzeug-KI ist halt einfach allgemein bei der KI ist es eine Priorität von Einfädeln. Und die steht quasi über allem. Deswegen würde ich, das ist zumindest meine Vermutung, ich habe zwar keine Ahnung vom ganzen Pipapo, aber das ist einfach so mal mein Guess, dass die KI halt einfach nach einer Prioritätenliste arbeitet und halt weit oben ist dann halt das Einfehlungsprinzip, dass man halt das Reißverschlussverfahren macht. Deswegen hat das Begleitfahrzeug, die Eigenschaften des Begleitfahrzeuges sind halt weiter unten priorisiert. weswegen das wahrscheinlich dann halt einfach so erstmal halt das Einfehlungsprinzip durchführen möchte, bevor es halt deine normale Arbeit weiterführt. Das ist einfach mal so mein meine Vermutung vom ganzen. Begleitfahrzeug lassen. Seitdem wir dann noch das Begleitfahrzeug 200 Kilometer bis Helsinki heißt es ist halt es ist immer wieder faszinierend. Man sieht halt so okay 200 Kilometer 300 Kilometer über die Strecke aber wenn man halt die ganze Zeit um den 60 durchschnittlich fährt aber maximal fährt ist es halt dann sind die Folgen doch länger als man annimmt. aber es ist auch eine besondere Fracht da muss man natürlich auch besonders viel Zeit nehmen. Von Helsinki geht es noch weiter geradeaus weiter 200 Kilometer und okay wir sind sogar gar nicht mehr heute da sondern ich komme am Freitag erst dann das heißt es ist noch sogar noch relativ viel Fahrt vor uns eben noch haben aber solche Nachtfahrten sind ja auch eher normaler wobei diese Fracht ja doch schon ja ich weiß gar nicht könnte man diese Fracht tagsüber auch fahren also gut ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich ne sind wahrscheinlich in Finnland komplett anders als in Finnland und in Schweden komplett anders als in Deutschland vielleicht auch sogar zwischen den beiden Ländern ist es auch vielleicht auch noch Unterschiede ab wann man welche Fahrt fahren kann wobei ich glaube es da eher weniger Unterschiede gibt als in Deutschland rechts halten und dann bleiben sie immer gerade aus ja oder einfach die ganze Zeit gerade aus bleiben weil ich will nicht abbiegen wollen ein oder ein Irgendwie hat man das Gefühl, es ist halt echt schon ziemlich langsam, aber die Kilometer, die kommen ja trotzdem runter. Jetzt, wo ich nicht mehr erscheinlich den Wegpunkt nachladen muss, weil das hintere Begleitfahrzeug einfach nicht in die Pütte kam. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Kaum wird es in-game dunkel, kommt die Sonne raus, damit ich überhaupt nichts mehr sehe. Wenn es jetzt in-game Tag wäre, dann könnte die Sonne von mir erscheinen, aber ich schien jetzt die ganze Zeit nicht und jetzt fängst du wieder an. Das ist ja wieder typisch. Lustigerweise sehe ich, ich sehe auf dem Monitor, wo das Game läuft, sehe ich das Begleitfahrzeug und alles, was rechts ist. Das andere danach ist halt schon stark überbändet und auf dem anderen Monitor ist es genau umgekehrt, dass es halt auf der linken Seite guckbar ist, aber auf der rechten Seite überbändet ist. Da, wo jetzt gerade OBS läuft, also kann man minimiert noch in-minimierter Version, aber trotzdem passt ja die eine Seite sich auf dem einen Monitor, die andere auf dem anderen und das passt sogar eigentlich ganz gut, dass es ja auf dem rechten Monitor die rechte Seite gut sieht und auf dem linken Monitor die linke Seite. Das einzige Problem ist halt, also was halt optimal wäre bei Eurotalk Simulator, dass man das Game, also klar geht es bestimmt irgendwie per, wobei ich meine es funktioniert ja bei mir nicht oder ich habe es probiert oder ich habe geguckt, ob es bei Dings das geht bei Steam, aber ich meine es ging nicht. Oder vielleicht war es auch ein anderes Game, kann auch ein anderes Game gewesen sein, dass ich es auf einem anderen Monitor verschiebe, das Main Game, dann könnte ich halt immer auf dem Monitor das laufen lassen, wo ich den Monitor auch heller stellen kann, sodass ich dann jederzeit prinzipiell aufnehmen könnte, aber halt nicht eingeschränkt bin, wenn ich jetzt am Tag aufnehme, was in der Regel der Fall ist. Muss ich nochmal abbiegen? Ja, naja, jetzt kommen wir gleich nochmal abbiegen. Gut, abbiegen, nicht wirklich eigentlich nur die Abfahrt nehmen, wo wir die Auffahrt nehmen. Vielleicht auch ein bisschen aus Beidem, wobei, das ist ja gerade die Hauptstraße, äh, die Landstraße. Ich muss auch nochmal gucken, also, ob ich die, die, nennen wir es mal die Blinklichter, äh, bei der Front beim Kühler, ob ich die da, äh, rausnehme oder einfach nur deaktiviere, äh, oder ob ich sie halt, äh, wie gesagt, rausnehme und sogar was anderes ersetze. So, jetzt kann ich wieder auf 60 gehen, nachdem ich die Wurve gemeistert habe, obwohl ich jetzt gerade auf den Monitor geguckt habe, wo ich nichts im linken Seitenspiel sehe. Ah, okay. Hat hier geklappt. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Ah, perfekt. Hier schafft das. Aber es kam ja auch nichts von hinten, von daher. Rechts halten und dann auswärts-rechts nehmen. Ab Richtung Helsinki. Wo liefern wir überhaupt hin? Ich habe auch gar nicht gesehen, von wo wir liefern da am Klappenhafen, aber wahrscheinlich liefern wir auch jetzt zum Hafen. Ich gucke mal einfach kurz auf der Karte nebenbei. Einfach nur, weil die Neugier jetzt doch da ist. Ja, klar, Hafen, ne? Vom, vom, vom selben Hafen, von einem Hafen zum nächsten Hafen. Ist ja auch in gewisser Weise verständlich, ne? So, ich gehe mal runter auf, okay, ich kann ja nicht auf 60 bleiben. Ich muss das laut anzeigen, wobei ich vielleicht doch lieber jetzt hier auf 55 runter gehen möchte. Oder sogar auf 50. Sicher ist sicher. Und jetzt wieder beschleunigen. Da es ja den Berg hinauf geht, wo ich den die 50 erhalte. Schalten wir nochmal zwischendurch. Helsinki ist gleich mal am Nachladen, oder? Ne, ne, noch nicht. Aber wobei wahrscheinlich schon gleich, denn wir erreichen jetzt gerade Helsinki. Aber zumindest die Auslage von Helsinki ist ja schon auf der Map zu sehen. Und wir fahren ja komplett an Helsinki vorbei. Und dann den Hafen, der etwas weiter außerhalb... liegt... Ja, Sprungwechsel, hallo? Ja, Sprungwechsel, hallo? Ja. Wollen wir noch? Ja. Wollen wir noch? Heute noch? Hä? Sehr schön, das kann ich... Das wäre jetzt auch ein bisschen abenteuerlich. Ich dachte, das wäre alles, während wir uns hier voranbewegen, passieren. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal zum kompletten Stillstand kommt. 50 Kilometer vorm Ziel, aber 60 Kilometer in dem Fall. Bis zum nächsten Mal. Bitte links halten. Ja, backen wir schon eine ganze Zeit. Oh Gott, jetzt, oh. Jetzt badert die Sonne nochmal richtig. Eieieieieiei, jetzt kann ich nur noch links gucken. Also, ja. Solche Fahrten bei Nacht sind, äh, sind nice, weil es deutlich mehr, man halt das schöne, Disco-Licht sieht, aber, ja, das, das, so, Nachtfahrten sind halt für mich bei ETS-Wörder, aber ATR ist halt eher was für einen komplett verregneten Tag, aber, ja, wann gibt's die denn nochmal, in die komplett verregneten Tage? In der Weile sogar schon, sind wir sogar erst nach, ein nur da. Aber, das Ziel ist jetzt zum Greifen nah, ich glaube, nochmal ein Kreisverkehr, da hinten schon auch ein Navigationssystem angezeigt wird und dann, oh, dann mal durch den Tunnel durch, huiuiuiuiui. Jetzt wird ja was Feines werden. Also, im Kreisverkehr gehe ich, glaube ich, nur runter auf 50. Also, es ist so angenehm, was ich jetzt endlich mal gemacht habe, dass ich, äh, den Tempomat einfach nur verringern muss. Erster Aufenthalt in Helsinki. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und, dann sind wir bei Helsinki, bei Maersk. Endlich, wir sind da. Sehr schön. Dann nur noch abladen. Und, dann schnappen wir uns das Geld und fahre ich gleich nochmal kurz zum nächsten Hotel. Ausgezeichnet. Oh, Steve Unlock, not a canu. Ja, not a canu. Kein Kanu. Oh, ich bin sogar noch Level 4, jetzt bin ich kurz auf Level 10. Nevermind. Spezialauftrag erledigt. Gefahrenerstecke, 330 Kilometer, dauert 10 Stunden, 17 Minuten. 152,5 Liter habe ich verbraucht. Es gab dafür 15.099 Euro für den Auftrag. Und 832 Erfahrungspunkte. Ja, wir fahren nochmal kurz zum nächsten Hotel. Dann werde ich mich da nochmal aufs Ohr hauen. Und dann höchstwahrscheinlich dann morgen so gesehen zwischen den Folgen in Anführungszeichen zurückfahren. Nach Pori, um dann die nächsten Auftrag anzunehmen. Äh, ja, schlafen ist äh, drin, ähm, hier. Nochmal 39 Kilometer da hinten fahren. Zeit zu gehen. Ich war offenbar Level 13, als ich hier die ganze Schmerzhaftigkeit angenommen habe. Ich habe den Motor ausgemacht. Das ist ein Kran. Dann kurz hinlegen und dann wird wahrscheinlich der nächste Auftrag halt dann das schwere technische Teil sein. Das würde ich dann auch ebenfalls wieder von Pori nach Helsinki liefere. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Gehe ich mal stark von aus. Aber das werden wir dann ja noch früh genug sehen. ob das halt wirklich so ist. früh genug heißt dann gleich in 30 Kilometern. Dann wird das der Fall sein. Bis wohl kann ich eigentlich das alles hochstellen. noch. Okay. Okay. 160. Ja, schon ganz weit nach oben. Als wäre ich ein Auto. So kann ich es stellen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, mittlerweile sind es schon wieder 47.700 Euro auf dem Konto. Sehr, sehr, sehr schön. Also es kommt nicht viel in den sieben Touren zustande, wie jetzt bei normalen Touren. Die dann ja doch schon eher so um den 20.000er Bereich sind. Aber das ist ja auch wie gesagt nicht verkehrt. Und dafür haben wir sehr, sehr schöne Touren, sehr schöne Aufträge. Jetzt müssen wir mal mit dem einen oder anderen technischen Problemen, was die KI betrifft. Aber das ist ja auch alles halb so wild. Biegen nach rechts ab. Da kommt nichts. Demnächst rechts abbiegen. Und dann bin ich jetzt hier bei der Tanke. Tanken muss ich zwar nicht, aber Biegen nach rechts ab. Ich lege mich dann hier hin zum Schlafen und vor allem am Morgen in Anführungszeichen, wie war es gesagt. Oh Gott. Hier endet es. Oh Mensch, steigt nicht mehr in der Tanke schlafen. Wenn noch jemand hier hinter uns sich hinstellen könnte, vom Prinzip her. Genau, wir schauen nochmal eben nach. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir dann das technische Teil, genau, schweres technisches Teil von Puri dann nochmal nach Helsinki fahren. Gibt auch mehr als für die Strecke von Linköping nach Kalmar. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Euro Truck Simulator Video wieder. Innerhalb hier der ersten Euro Truck Simulator 2 Event Woche. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.